Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Unternehmensnachfolge und mit mir am Start sind wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, wir sind heute wieder etwas, naja, aufgeteilter unterwegs. Das heißt, Frank und ich, wir sitzen hier zusammen im Herner Studio und wir sehen Franzi auf einem Flat-TV an der Wand, denn sie ist aus München zugeschaltet. Und wenn ihr auch mal sehen möchtet, wie das bei uns so aussieht, dann folgt einfach unserem NBB-Instagram-Account, denn dort wird ab und zu auch mal ein Bild hier aus diesem Studio gepostet. So, damit aber erstmal zurück zum Thema, denn einen Gast, den haben wir natürlich auch, aber bevor Frank euch diesen gleich genauer vorstellt, starten wir wie immer bei dir in München, Franzi. Wir beamen uns einmal ins Thema. Worum geht es heute denn genau? Ja, genau. Unternehmensnachfolge, du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Thema, das wir so in der Steuerbar noch gar nicht hatten. Und wir werden uns mit unserem Gast dann dazu austauschen, warum eine frühzeitige Nachfolgeplanung so wichtig ist, wie man das eigene Unternehmen bewertet und welche Begünstigungen möglich sind. Unser heutiger Gast, Matthias Borgmeier, ist Steuerberater, Diplomfinanzwirt und Master of Laws. Ja, Matthias ist Syndikussteuerberater bei der Nationalbank Vermögenstreuhand und Dozent bei der VOM Hochschule für Ökonomie und Management. Matthias ist Experte für die Nachfolgeplanung von vermögenden Personen und Unternehmen, würde ich mal so sagen. Stimmt das, Matthias? Das stimmt so, Frank. Und in unserer Vorbesprechung, da hast du, Matthias, gesagt, viele beschäftigen sich nicht gerne damit, dass auch ihr eigenes Leben einmal zu Ende ist. Und wenn man sich nicht rechtzeitig mit diesem Thema beschäftigt, dann führt das eben zu Problemen. So sollte das sein. Absolut zutreffend. Genau. Dann erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Marco. Und vielen Dank, Franziska, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass wir dich haben. Gerne wird das Thema ja aufgeschoben, haben wir jetzt gerade schon gehört. Es wird lange gewartet, bis so nötige Schritte unternommen werden. Willst du sagen, dass es den Inhabern oft schwerfällt, sich so von ihrem Lebenswerk zu trennen? Oder was könnten so Hintergründe dafür sein, für diese Entscheidung? Ja, Franziska, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das Problem ist immer, man möchte sich ungern mit seiner eigenen Sterblichkeit befassen. Und das ist halt immer so ein Thema, weswegen sich Unternehmensnachfolgen häufig sehr in die Länge ziehen, beziehungsweise der Unternehmer, der sein Unternehmen im Zweifel selbst in der x-ten Generation hat, beziehungsweise im Zweifel auch neu aufgebaut hat, sehr lange damit sich selbst zögert, bis er es in die nachfolgende Generation weitergibt oder, wenn es gar nicht in die nachfolgende Generation übergehen kann, auch extern zu verkaufen. Okay, dann lass uns doch direkt mal starten mit dem ersten Block, weil da sind wir jetzt schon eigentlich mittendrin, nämlich bei der generellen Relevanz eben einer frühzeitigen Nachfolgeplanung. Tja, welche Anforderungen hat denn ein Unternehmen an einen potenziellen Nachfolger oder könnte er haben? Also das ist natürlich total branchenunterschiedlich. Im ersten Moment muss man sich erstmal Gedanken darüber machen und in seiner eigenen Familienstruktur gucken, gibt es überhaupt einen potenziellen Nachfolger? Weil ich sage mal so, man muss selbst gucken, in welcher Branche man unterwegs ist. Ist das vielleicht eine Branche, wo nur ich so ein bisschen den Wert meines Unternehmens darstelle, weil es mein Know-how, meine Erfahrung ist? Oder ist es vielleicht ein Unternehmensunternehmen, was auch in die nachfolgende Generation übergehen kann? Und dann ist es halt immer so ein bisschen abhängig davon, gibt es Kinder? Wenn ja, sind die bereit, das Unternehmen zu übernehmen? Haben da Lust drauf? Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen der Familienkonflikt. Möchten die Kinder da? Möchte das vielleicht der Vater mehr als die Kinder selbst? Und da, das ist ein hochemotionales Thema. Wenn man sich, nehmen wir mal an, es wären keine Kinder da oder niemand da, der aus der Familie in Frage kommt, wie früh ist denn früh? Also wie früh sollte man sich kümmern? Das kann man als Alter gar nicht so genau sagen. Ich sage mal so, je früher man sich darum kümmert, desto besser ist es natürlich. Da kann man dann natürlich, wenn man sagt, man hat kein Kind in der Familie, muss man sich natürlich frühzeitig Gedanken darüber machen, ob man sagt, man züchtet sich, überspitzt gesagt, seinen Nachfolger innerhalb der Firma. Das ist ein schönes Konzept, wenn man dann sagt, man hat da irgendeinen Angestellten, den hat man irgendwie von Anfang an dabei und man züchtet sich so ein bisschen den als Nachfolger heran. Das kommt häufig vor, wenn es keine Familienmitglieder gibt, die das Unternehmen übernehmen können. Oder da geht es dann im Zweifel auch mal entgeltlich und unentgeltlich in solchen Konstellationen, weil man da auch eine enge Bindung hat. Oder man ist halt in dem Bereich, dass es gar keinen Nachfolger gibt, auch keinen in der Firma gibt. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, lässt man das Geschäft dann enden? Oder denkt man dann darüber nach, das für das Unternehmen vielleicht an den Investor extern zu verkaufen? Und da ist es natürlich so, wenn ein externer Investor kommt, möchte er natürlich nicht das Unternehmen übernehmen und den bisherigen Inhaber dann raus haben, sondern der erwartet dann natürlich auch für einen gewissen Zwischenzeitraum, dass er noch mitarbeitet, damit der Unternehmensübergang einfach reibungslos funktioniert, was dann natürlich den Unternehmenswert auch steigert. Ja, okay. Aber wenn du jetzt sagst, also ich verstehe das, man kann wahrscheinlich jetzt keine Jahreszahl sagen, aber kann man sagen, man sollte sich schon fünf Jahre vorher drum kümmern? Oder ist das zu groß, wenn man weiß, man möchte irgendwie mit 70 ausscheiden, dass man, also hast du da eine Hausnummer? Oder reden wir von Monaten? Nee, also wir reden schon über mehrere Jahre und da würde ich schon eher sagen, wir sind bei einem Zeitraum von mehr als fünf Jahren, weil man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Wenn man keinen in der Familie hat und man geht an einen externen Investor, dann ist man da schnell schon so beim Zeitraum von ein, zwei Jahren, die man überhaupt noch, nachdem es übergegangen ist, mitarbeitet, um halt einen vernünftigen Unternehmenswert zu realisieren, dass man sagt, gut, ein, zwei Jahre arbeite ich noch in dem Unternehmen mit. Und dann ist natürlich die Frage, man muss das Unternehmen, wenn man es verkaufen möchte, einen Investor natürlich so aufstellen, dass man möglichst hohen Wert erzielt. Weil man möchte sein Lebenswerk ja auch nicht für irgendeinen geringen Preis verscherbeln, sage ich jetzt mal, sondern man möchte da natürlich auch einen möglichst hohen Wert für erzielen. Und da ist es natürlich so, man muss frühzeitig in diesen Prozess einsteigen, um gewisse Konflikte in diesem Unternehmen auch zu finden. Das heißt, wenn man jetzt zu einem M&A-Berater geht, der guckt sich das Unternehmen an, bewertet das und sucht am Markt nach potenziellen Investoren und Käufern. Weil man jetzt natürlich sagt, man möchte möglichst hohen Wert erzielen, macht das durchaus Sinn, dass man frühzeitig in diese Nachfolgeplanung reingeht und sagt, gut, was kann ich denn jetzt tun, damit, wenn ein M&A-Berater kommt, mein Unternehmen schon wesentlich mehr Wert ist. Das heißt, welche Probleme habe ich denn in meinem Unternehmen, die ich jetzt erstmal in den nächsten Jahren vielleicht beseitige, um einen Unternehmenswert zu steigern? Ja, okay. Ich glaube, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Franzi, Unternehmensbewertung hattest du, glaube ich, ein, zwei Fragen zu. Kannst du denn, vielleicht hast du, welche Probleme können denn auftreten, wenn man jetzt, wenn man die Nachfolge zu lange aufschiebt? Also hast du da vielleicht irgendwas aus der Vergangenheit mal erlebt oder eine Anekdote oder so zu, was dann passieren kann? Ja, in der Vergangenheit wirklich viele Konzepte gesehen, beziehungsweise viele Konstrukte, wo man sagt, da wurde sich sehr spät um die Unternehmensnachfolge kümmert und ehrlicherweise ist das eigentlich auch der Grundfall. Also kein, ich habe bislang der jüngste Unternehmer, der sich mal darum gekümmert hat, war 40 Jahre alt. So als Durchschnittsalter ist Ü60, da geht es dann aber auch in die 70 und in die 80 teilweise rein, also recht spät. Und die Probleme sind ja eigentlich immer, man muss gucken, wenn man jetzt sagt, es gibt da potenzielle Kinder und es gibt eine Familie, die da irgendwie hintersteht, hinter diesem Unternehmer. Wenn jetzt der Unternehmer zum Beispiel umkippt, durch einen tragischen Unfall verunglückt oder Sonstiges, hat man halt das Thema Erbschaftssteuer. Das heißt, in dem Moment, wo der Unternehmer verstirbt und es ist zum Beispiel nichts geregelt, haben wir dieses Unternehmen, das wird dafür, dieses Unternehmen wird ein Wert ermittelt und dann unterliegt das der Erbschaftssteuer. Es geht, da kommen wir später auch nochmal drauf, so ein paar Begünstigungen, aber auf die kann man zwar proaktiv Einfluss haben, man muss nur diesen Einfluss vorher ausüben. Das heißt, wir können an diesem Status Quo da nichts mehr ändern und dann ist das Unternehmen entweder begünstigt oder nicht begünstigt. Und bei dem Unternehmen haben wir recht schnell einen hohen Wert, das heißt auch recht schnell eine hohe Erbschaftssteuer und dann ist halt immer so das Problem, ich sage mal überspitzt gesagt, wenn wir über einen Steuersatz von 30 Prozent reden, kein Unternehmen hat 30 Prozent Liquidität, um diese Erbschaftssteuer zu zahlen und dann kann das natürlich auch durchaus sein, dass das so ein Unternehmen in die Knie zwingt, weil keiner die Erbschaftssteuer zahlen kann. Okay, okay, verstanden. Vielleicht nochmal letzte Frage, hast du einen Tipp oder welche ersten Schritte können Unternehmer denn durchführen, um frühzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen? Hast du noch ein paar Tipps oder womit fängt man normalerweise an? Also die Nachfolgeplanung jetzt mal als Unternehmensnachfolge gesehen, sollte man nicht als ein Aspekt sehen, sondern immer in der Gesamtheit, weil ich sage mal so, es ist wichtig, sich einfach mal so eine Status Quo-Analyse zu fahren und sich anzugucken, wo stehe ich? Das heißt, was habe ich überhaupt für ein Vermögen und was habe ich überhaupt für eine Erbschaftssteuer, die entsteht, wenn ich jetzt umkippe? Wir nennen das immer so liebevoll, sterben auf Probe. In der Regel überlebt man es, aber das ist halt meistens so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo man dann sieht, dass wenn du jetzt umkippst, entsteht das an Steuern und wenn die Unternehmer das sehen, ist das meistens so der letzte Impuls, wo die Unternehmer dann auch sagen, gut, war mir gar nicht bewusst, über was für eine Steuerlast ich rede und dann ist das immer meistens der Impuls, wo man sagt, jetzt fängt man an, seine Unternehmensnachfolge zu regeln. Das kann zum Beispiel in so sukzessiven Übertragungen an die Kinder, eine Güterstandschaukel, alles Mögliche, da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, nur man muss halt mal sehen, wo steht man und dafür braucht man halt so eine Status Quo-Analyse und dann kann man halt auf eine vernünftige Nachfolgeplanung hinarbeiten und da sollte man halt immer alles berücksichtigen. Wie wir immer drangehen, ist eigentlich vier Aspekte. Man guckt sich an, wie das Ganze rechtlich möglich, also was rechtlich möglich ist, was wirtschaftlich Sinn macht, weil es muss halt auch alles irgendwie finanziert, finanzierbar sein und die Banken müssen ja auch mitspielen und es bringt ja nichts, wenn der potenzielle Erblasser alles an die Kinder überträgt, aber selbst dann kein Vermögen mehr hat. Steuerlich muss das Ganze Sinn machen, das heißt mit einer möglichst geringen Steuerbelastung, aber das Wichtigste bei diesem Gesamtkonstrukt ist immer, man kann zehn Pläne hinterher aufstellen. Und schlussendlich wird die Entscheidung auf einer emotionalen Basis getroffen. Das heißt, das, was der Unternehmer sich hinterher vorstellt, da muss er voll hinter stehen, weil es ist seine Nachfolgeplanung und das ist hinterher immer so der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, der Unternehmer sollte sich im ersten Schritt nach dieser Status Quo-Analyse Gedanken darüber machen, was möchte er. Und das ist dann ein super Ansatzpunkt, wo ein Steuerberater oder ein Gestaltungsberater ansetzen kann, um da eine Nachfolgeplanung wirklich vernünftig auf die Beine zu stellen. Okay, ja, total spannend. Sterben auf Probe einmal. Okay, Franzi, dann würde ich mal Unternehmensbewertung an dich übergeben. Genau, Richtung Unternehmensbewertung habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar, warum würdest du sagen, ist die Bewertung des Unternehmens ein oder vielleicht sogar der entscheidende Schritt, wenn man ja eine Nachfolge des Unternehmens plant oder eben auch zum Beispiel jetzt mal gezielt auf Kanzleien bezogen, wenn man die Kanzleienachfolge plant? Warum ist die Bewertung so wichtig? Also der primäre Aspekt dieser Unternehmensbewertung ist eigentlich, um zu gucken, über was für eine Steuer redet man. Ich sage mal so, der primäre Fokus ist meistens immer die interne Nachfolgeplanung, wenn es einen internen Nachfolge potenziellen Nachfolger gibt. Und da hat das Finanzamt so gesehen zwei Wertermittlungsverfahren. Und das nennt sich einmal das Substanzwertverfahren und einmal das vereinfachte Ertragswertverfahren. Und diese beiden Verfahren spielt man einmal durch, dass man da einen Unternehmenswert hat. Und das ist ein steuerlicher Wert. Das heißt, der ist nochmal ganz anders als im Zweifel ein Wert, den man am Markt für dieses Unternehmen erzielen würde. Aber das ist der, der für steuerliche Zwecke primär erstmal zugrunde zu legen ist. Und das ist natürlich ein Wert, den man braucht, um abzuschätzen. Erstens, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, ist das Unternehmen überhaupt begünstigt mit so einem Wert? Und zweitens, über welche Steuerlast reden wir? Weil, wenn ein Unternehmen nicht begünstigt ist, würde der Unternehmenswert halt der Erbschaftssteuer unterliegen. Und da ist das natürlich schon relevant, über welchen Wert reden wir, um zu gucken, über welche Steuerlast wir reden. Beim vereinfachten Ertragswertverfahren, nur damit man mal so eine Größenordnung hat, redet man halt von so einem bereinigten Jahresergebnis mal 13,75. Das heißt, wenn wir so ein bereinigtes Ergebnis von 100.000 haben, dann sind wir schon beim Unternehmenswert von knapp 1,37 Millionen. Und das ist so ein bisschen, ja, schon recht hoch. Welche Methoden und Ansätze werden denn typischerweise zur Bewertung von Unternehmen verwendet? Also, für die Unternehmensbewertung, wenn wir jetzt im Bereich Nachfolgeplanung, das heißt, für die Schenkungssteuer oder die Erbschaftssteuer drin sind, das heißt, eine unentgeltliche Unternehmensübertragung, haben wir steuerlich gesehen erst mal primär zwei Bewertungsverfahren. Das ist einmal der Substanzwert und einmal der vereinfachte Ertragswert, diese beiden Werte, die ich gerade schon angesprochen hatte. Beim Substanzwert ist es prinzipiell so, das ist der Mindestwert, der für steuerliche Zwecke zugrunde zu legen ist. Ganz grob gesagt, da gibt es zwar wesentliche Vereinfachungen, aber ganz grob gesagt ist der Substanzwert so ein bisschen der Gemeindewert der einzelnen Wirtschaftsgüter, die in diesem Unternehmen vorhanden sind. Ganz grob gesagt. Das ist der Mindestwert und dann gibt es den vereinfachten Ertragswert und der vereinfachte Ertragswert, da guckt man sich die Jahresüberschüsse an, die in den einzelnen letzten drei Jahren erwirtschaftet worden sind, bereinigt diese um grob gesagt alles Außergewöhnliche und dieses Ergebnis rechnet man hinterher mal 13,75 und das ist dann der vereinfachte Ertragswert und da setzt man halt den jeweils höheren Wert an und dieser Wert, also der jeweils höhere Wert, wird dann hinterher der Schenkungssteuer, wenn man das Unternehmen verschenkt und es ist jetzt nicht begünstigt, wird das der Schenkungssteuer oder man vererbt es, wenn es nicht begünstigt ist, der Erbschaftssteuer unterworfen und da ist man durch diesen vereinfachten Ertragswert bei relativ hohen Unternehmenswerten, da gibt es zwar immer die Möglichkeit, dass man sagt, gut, man macht ein Verkehrswertgutachten, um diesen Unternehmenswert zu senken, man ist aber immer an diesen Substanzwert gebunden und da gibt es insbesondere, wenn man so einen mehrstöckigen Unternehmensverbund hat, was ja häufig auch bei Mittelständern der Fall ist, dass sie mehrere Unternehmen haben, die dann im Zweifel unter einer Holding hängen, kann es zu sehr unschönen Ergebnissen führen, deswegen ist immer so der primäre Ansatz, man probiert in den Bereich Begünstigung reinzukommen, um diese ganzen Probleme nicht zu haben und da braucht man halt im Zweifel ein bisschen Vorlaufzeit, weil es ist wie eine Glaskuhe reingucken, man kann nicht sagen, gut, wenn der Unternehmer jetzt in drei Jahren umkippt, ist das Unternehmen begünstigt oder nicht. Verstehe. Würdest du sagen, dass es noch andere Mittel und Wege gibt für ein Unternehmen, dass man es so attraktiv wie möglich gestaltet, wenn man sich jetzt mit der Nachfolge auseinandersetzt, gibt es da Möglichkeiten, das so attraktiv wie möglich zu gestalten, um potenzielle Nachfolger anzuwerben oder Tipps? Also wenn man jetzt natürlich sagt, und da geht ja deine Frage so ein bisschen in dem Bereich, dass man sich extern umschaut nach einem Unternehmensnachfolger, da geht es natürlich darum, da sind diese steuerlichen Werte erstmal völlig egal, wenn man sagt, wir haben eine externe Nachfolge, weil diese zwei Bewertungsverfahren, die ich gerade angesprochen habe, beziehen sich lediglich, wenn ein Unternehmen unentgeltlich übergeht. Wenn ein Unternehmen entgeltlich zum Beispiel an extern verkauft werden soll, das kann zum Beispiel ein Mitarbeiter sein, das kann irgendein Investor sein, das kann sonst mehr sein, dann bedient man sich dieser Wertermittlungsverfahren nicht, sondern ermittelt wirklich einen marktüblichen Verkehrswert und so einen Wert, da guckt man natürlich rein, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Übliche Fallstricken sind da zum Beispiel hohe Pensionsrückstellungen, da kann man mit so einer CTA-Struktur arbeiten, dann guckt sich ein Unternehmer an, wie ist so ein bisschen das Working Capital, da kann man dann natürlich sagen, dass man die Durchlaufzeiten verkürzt und wie sieht es aus, werden liquide Mittel zum Beispiel in größere Investitionen gebunden. Da kann es dann zum Beispiel möglich sein, dass man sagt, wir gucken mal, ob denn wirklich so eine Investition in Eigentum erfolgen muss oder ob man irgendwie gewisse Leasing-Modelle fährt und da kann es natürlich eine Fülle an Möglichkeiten geben, um so einen Unternehmenswert zu steigern, weswegen das natürlich auch da Sinn macht, nicht nur für die interne, sondern auch für die externe Nachfolge frühzeitig zu planen, weil der Investor guckt natürlich sich die letzten Jahre an und alles, was in den letzten Jahren an Maßnahmen, die man hat, schon umgesetzt ist, steigert natürlich den Unternehmenswert. Deswegen kann man natürlich, das kann man empfehlen, bevor so ein M&A-Berater kommt, sich die letzten Jahre anguckt und sagt, das ist Preis X, damit gehen wir jetzt an den Markt und suchen einen Käufer, kann es Sinn machen, da direkt vor einen Partner reinzuholen, der das Ganze aufhübscht, sodass wir einen möglichst hohen Wert erzielen und dann hinterher der M&A-Berater quasi ein wunderschönes Produkt sieht, was er dann hinterher vermarkten kann, was bereits schon bereinigt ist. Ja, perfekt, ja, das geht eigentlich auch schon so auf meine letzte Frage ein, nämlich wie jetzt der Inhaber diese Ergebnisse der Bewertung nutzen kann, um dann auch einen fairen oder auch einen sehr guten Preis fürs Unternehmen zu bekommen und da hast du es ja jetzt eigentlich gerade schon gesagt, indem das Ganze eben noch aufgehübscht wird sozusagen und man sich eben schon vorher damit auseinandersetzt und nicht erst wenn es brennt. Definitiv. Ja, dann lass uns doch mal auf das Thema Begünstigungen zu sprechen kommen. Matthias, was dürfen wir im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung unter dem Begriff Begünstigungen verstehen? Versuch es mal mir als absoluten Laien zu erklären. Das kriegen wir hin. Also das Thema Begünstigungen ist natürlich für unentgeltliche Unternehmensnachfolgen maßgeblich, weil der Gesetzgeber sagt, er möchte das Unternehmen nicht in die Knie zwingen, weil es in die nächste Generation übertragen wird, weil natürlich der gute Mittelstand auch die deutsche Wirtschaft stärkt und so eine hohe Steuerbelastung kann natürlich ein Unternehmen relativ schnell in die Knie zwingen und dafür gibt es die Begünstigungen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel verwandt sind und du möchtest mir dein Unternehmen übertragen, wird man dann einmal gucken, wie ist der Wert? Also da sind wir bei diesem Substanzwert und vereinfachten Ertragswert. Und dann im zweiten Schritt wird man gucken, kannst du mir das unentgeltlich und begünstigt übertragen? Das heißt, dieses Begünstigt geht das Ganze steuerfrei. Das heißt, ohne jegliche Erbschaft oder Schenkungssteuer. Und da guckt man ganz grob, ist das Verwaltungsvermögen in einem Unternehmen, wie ist das im Verhältnis zum Unternehmenswert? Und wenn es da gewisse Quoten unterschreitet, ist es prinzipiell möglich, dieses Unternehmen steuerfrei zu übertragen, also begünstigt. Wenn diese Quoten gerissen sind, ist es nicht möglich, das Unternehmen steuerfrei zu übertragen. Das heißt, dann würden die eine Million Euro voll besteuert werden oder im Fall der Begünstigung würden die im Optimalfall komplett steuerfrei übergehen. Das heißt, meine Jagd sollte im Optimalfall nicht zum Unternehmenswert gehören, ansonsten wird es kompliziert. Keine Begünstigung. Also da gibt es, die Jagd ist jetzt nur ein Beispiel, aber da gibt es natürlich diverse Mittel, die da immer reinfließen in dieses Verwaltungsvermögen, was ich gerade gesagt habe. Das ist unter anderem aber auch eine Forderung oder die Kasse. Das heißt, wenn wir ein Bankvermögen haben von eine Million Euro und der Unternehmenswert ist 1,2 Millionen Euro, sind wir schon in dem Bereich, dass wir langsam ein Problem bekommen. Und so ist das halt. Man muss sich wirklich angucken, was in diesem Unternehmen drin ist. Man muss dieses Verwaltungsvermögen ermitteln. Also ganz grob gesagt, es gibt so ein paar Positionen. Man guckt einmal sich den Unternehmenswert an, dann das sonstige Verwaltungsvermögen. Sonstiges Verwaltungsvermögen sind zum Beispiel drittvermietete Grundstücke. Dann guckt man sich an die Finanzmittel, das heißt Bank, Forderungen und man guckt sich an die Schulden, also Verbindlichkeiten, Rückstellungen. Und dieses sonstige Verwaltungsvermögen zuzüglich der Finanzmittel darf nicht mehr als 90 Prozent des Unternehmenswertes ausmachen. Wenn wir unter dieser Quote von 90 Prozent sind, ist das im ersten Schritt super. Dann können wir gucken, wie viel von diesem Unternehmen grundsätzlich begünstigt ist. Wenn wir über dieser Quote sind, wird das Ganze voll steuerpflichtig sein. Das heißt, man muss halt wirklich gucken, wie viel Liquidität und so ist in dem Unternehmen drin, muss vorher noch was raus. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich angesprochen habe. Man muss frühzeitig reingucken, um das Unternehmen so aufzustellen, dass es im Optimalfall begünstigt übertragen werden kann. Vielen Dank, Matthias. Selbst ich habe es jetzt verstanden. Das freut mich. Welche Arten von Begünstigungen stehen Unternehmen denn so typischerweise zur Verfügung? Also man hat das quasi mittlerweile geregelt in einer zweistufigen Prüfung. Also im ersten Schritt guckt man sich an, ist es grundsätzlich begünstigt, also diese 90% Quote, die ich angesprochen habe. Und im zweiten Schritt guckt man sich an, eine sogenannte Nettoverwaltungsvermögensquote. Und für diese Nettoverwaltungsvermögensquote finden dann nicht nur das sonstige Verwaltungsvermögen die Finanzmittelberücksichtigung, sondern auch die Schulden. Und bei dieser Nettoverwaltungsvermögensquote die ist entscheidend, ob wir eine Regelverschonung in Anspruch nehmen können oder eine Optionsverschonung. Das heißt, die Regelverschonung sagt, ganz grob gesagt, 85% des Unternehmens sind steuerfrei bzw. steuerbegünstigt und bei der Optionsverschonung sind es bis zu 100%. Und da gibt es neben dieser Quote, guckt man sich natürlich an, ist wirklich alles begünstigt oder ist da vielleicht ein Teil noch an Vermögen, was nicht begünstigt ist. Aber im Optimalfall ist dann Unternehmen 2 Millionen Euro wert und 2 Millionen Euro sind voll begünstigt. Im Worst Case ist dann Unternehmen 2 Millionen Euro wert und 2 Millionen Euro sind voll steuerpflichtig. Ja, verstehe. Aber umso wichtiger ist es ja auch, diese Begünstigung strategisch dann in die Nachfolgeplanung mit einzubeziehen. Die Frage, die ich mir stelle, welche Beratungsleistung kann denn der Steuerberater übernehmen, der dann mit dem Unternehmer spricht? Also das Thema ist immer, und da muss man so ein bisschen unterscheiden, es gibt halt einfache Nachfolgen, wo man halt ein Unternehmen betrachtet, wobei auch bei allen Unternehmen kann es erfahrungsgemäß kompliziert werden. Das muss man so ein bisschen trennen von wirklich Konzern, das heißt, wo man 50, 60 Gesellschaften haben, weil das Erbschafts-Schenkungssteuerrecht ist im Bereich Unternehmensnachfolge relativ komplex geworden. Das heißt, da gibt es sehr viele Fallstricken und da bietet es sich einfach an, wenn man da so eine Nachfolgeplanung hat, möglichst die Fallstricken zu kennen, um diese zu vermeiden. Das heißt, so eine Unternehmensnachfolge rechtssicher auch zu planen. Und da ist halt im ersten Schritt, man guckt sich an, wo stehen wir, das heißt, ist das jetzt begünstigt? Im Optimalfall ist es bereits begünstigt, dann kann man sagen, gut, wie viel wollen wir jetzt erstmal übertragen? Und im Worst Case ist es nicht begünstigt, das ist aber auch halb so wild, weil dann kann man sich angucken und einen Fahrplan entwickeln, um das Ganze begünstigt zu machen. Also die letzte große Unternehmensnachfolge, die ich geplant hatte, da hatten wir hinterher einen Katalog von 50 verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise 50 verschiedenen Ansätzen innerhalb dieses internationalen Konzerns, was alles umstrukturiert werden könnte. Und da gibt es halt wirklich einen großen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Man muss sich halt immer vor Augen halten, so eine Umstrukturierung, klar, kostet hinterher auch Beratungszeit, aber wir reden hinterher im Zweifel von, ist das Ganze begünstigt, zahlt man keine Steuern drauf oder ist das Ganze voll steuerpflichtig und es ist halt was anderes oder eine andere Größenordnung, ob ich halt so ein Unternehmen insgesamt besteuere oder ob ich halt irgendwie vergessen habe, eine Rechnung aufs Unternehmen auszustellen und ich kann keine Vorsteuer ziehen oder ob ich irgendwie vergessen habe, was als Betriebsausgabe anzusetzen. Da geht es um einen ganz anderen Umfang an Liquidität, der dahinter für so eine Steuerlast abzuziehen ist. Wenn ich mir jetzt als Steuerberater vor meinem geistigen Auge meine Mandantenkartei vorstelle, wie selektiere ich denn, auf welche Klienten, auf welche Mandanten ich jetzt ganz gezielt mal zugehe, um mit ihnen das Thema Nachfolgeplanung zu besprechen? Also ich sage mal so, das erste Kriterium, was glaube ich direkt ins Auge sticht, ist glaube ich das Alter. Das heißt, beziehungsweise vor dem Alter sogar noch, haben wir einen Unternehmer oder haben wir vielleicht irgendeine Privatperson? Auch bei einer Privatperson, aber das können wir vielleicht mal im anderen Rahmen besprechen, ist so eine Nachfolgeplanung sehr wichtig, dass man da vorsorgt und Thema Stiftung zum Beispiel, genau. Aber bei dem Unternehmer, das heißt, wenn ich rausgefiltert habe, wen ich als Unternehmer habe, muss man sich wirklich mal angucken, über welche Unternehmenswerte reden wir da auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur ein sehr kleines Unternehmen haben und wir reden dann hinterher über einen Unternehmenswert, ich sage mal von 100.000 Euro, ist das Ganze ja auch relativ überschaubar von der Steuerbelastung. Aber wir sind halt beim guten Mittelstand schnell bei sehr hohen Werten und da ist es natürlich dann hinterher wichtig, dass man sich die Unternehmer anguckt, guckt, was für ein Unternehmen dahinter steckt und dann muss man aber halt auch klar abgrenzen, hat man in dem Bereich die Expertise, dass man da recht sicher beraten möchte oder sagt man, man holt sich einen Sparing-Partner mit ins Boot, wo man dann sagt, da gibt es jemanden, der in dem Bereich Expertise hat, sodass man diese Nachfolgeplanung auch hinterher gestalten kann. Und da gibt es natürlich entweder, dass man an separaten Steuerberater rangeht, da gibt es aber auch, dass man Leistungen sich als Steuerberater extern einkaufen kann und sagen kann, ich habe ja das ein oder andere Mandat, könnt ihr mal draufschauen, könnt ihr mal eine Nachfolgeplanung entwickeln. Man sollte, und das zeigt die Erfahrung, man sollte aber sich jemanden an Bord holen, wenn es kompliziert wird, der in dem Bereich Expertise hat, weil es gibt nichts Unschöneres, als irgendjemand hat eine Nachfolgeplanung gemacht und hinterher in der Deklaration, also der Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung, wenn es dann irgendjemand anderes macht, kommt raus, das Unternehmen war doch nicht begünstigt und dann fällt plötzlich die Steuerlast an. Also das ist halt der Worst Case und das hatte ich leider auch schon, dass ich eine Nachfolgeplanung drüber geschaut habe und sich hinterher ausgestellt hat, die es doch nicht begünstigt und war vollständig steuerpflichtig und dann reden wir halt sehr schnell über Millionenbeträge an Steuerlast, die da anfallen und das möchte man dem Unternehmer beziehungsweise den Erben auch nicht erklären möchten. Was für eine Katastrophe? Ja, also es kann immer mal passieren, aber deswegen ist es halt umso wichtiger, wenn es halt kompliziert wird, sich jemanden an Bord zu holen, der in dem Bereich Erfahrungen hat und die eine oder andere Nachfolgeplanung mal gemacht hat, weil ich sage mal so, wenn ich ein allgemeines Thema habe, gehe ich erstmal zum Allgemeinmediziner, das heißt zu meinem Hausarzt, der überweist mich dann aber auch im Zweifel, wenn ich irgendwie was an der Haut habe, an den Hautarzt, so ist es halt auch im Steuerrecht. Es gibt da verschiedene Spezialisierungen und da muss man halt einfach für sich selbst abstecken, ist das was, was ich beraten möchte, wo ich auch hinter die Haftung für übernehme oder wo ich sage, da gehe ich auf einen Berufskollegen zu oder auf einen separaten Partner zu und sage, ich hole mir die Expertise mal extern ein. Wichtig ist nur, dass man sich darum kümmert und dass man da vielleicht, also ich glaube, viele gehen da gerade schon so vor ihrem geistigen Auge so die Mandantenkartei durch und denken, oh, da muss ich ja vielleicht auch mal aktiv werden und das wollen wir ja auch hiermit erreichen mit diesem Podcast einfach ein bisschen zu motivieren, dort einfach mal aktiv zu werden. Jetzt noch eine Frage, Matthias, so eine Unternehmensnachfolge, die funktioniert natürlich nur, wenn auch die Mitarbeiter an Bord bleiben. Wie können Unternehmen denn ihre Mitarbeiter in diesen Prozess der Unternehmensnachfolge einbinden, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten? Also ich sage mal so, so der primäre Punkt ist, was mir da eigentlich einfällt, ist so ein bisschen das Thema Nachfolge innerhalb der Familie. Da hat sich einfach gezeigt, Senior hat manchmal andere Vorstellungen an Unternehmensführung als Junior. Die Grupps fallen mir da gerade an. Trigema, die haben doch gerade diesen, auch schon im hohen Alter, ich glaube, Herr Grupp ist ja jetzt auch nicht mehr 50, die haben das auch gerade noch so im letzten Step geschafft, aber er hat seine Kinder, glaube ich, in den letzten Jahren auch aufgebaut in diese Richtung. Ja, ich glaube, die wurden sukzessive mit reingenommen, aber auch die Nachfolge stand relativ spät an und war ja jetzt vor kurzem auch quer in den Medien zu lesen. Ich glaube, wichtig ist es einfach nur, dass man einen reibungslosen Übergang in der Familie, was die Führung angeht, hinbekommt, weil das heißt natürlich einerseits, Junior sollte von den Erfahrungen, die Senior gemacht hat, definitiv profitieren, weil es wichtig ist. Senior, also der ehemalige Unternehmer, der das Unternehmen dann übergibt an die nachfolgende Generation, sollte sich aber auch darauf einlassen, dass Junior im Zweifel frischen Wind mit ins Unternehmen reinbringt. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo einfach beide Parteien bereit sein müssen, sich auf Neues, aber auch auf Altes einzulassen, um halt auch gegenüber den Mitarbeitern so eine Stetigkeit in der Unternehmensführung zu gewährleisten und dass die sich an Bord gefühlt, ja, an Bord genommen gefühlen und nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen werden, dass dann da so ein harter Bruch drin ist. Und das ist halt einfach so ein Thema, was man dann auch merkt in so Gesprächen, die sind halt hoch emotional, weil man hat sein Unternehmen selbst aufgebaut. Ganz eigene Vorstellungen. Richtig, richtig, richtig. Und da muss einfach die Bereitschaft auf beiden Seiten sein. Und dafür natürlich auch das eine oder andere Gespräch als Mediator, wo man dann sagt, wir setzen uns jetzt alle mal an einen Tisch und reden mal auf einer emotionalen Basis. Emotionslos, hoffe ich. Ja, es ist natürlich definitiv emotionsgeladen, aber man muss das Ganze, und da bin ich bei dir, natürlich hinterher nüchtern runterbrechen, weil man muss dann eine Lösung finden. Und es geht ja hinterher darum, dass das Unternehmen langfristig aufgestellt ist. Und es geht ja hinterher auch meistens nicht nur um eine Nachfolge, sondern danach um die nächste und wieder die nächste. Also das ist hinterher ein langfristiger Prozess. Deswegen ist man da als Partner meistens auch nicht irgendwie dabei, nimmt sein Köfferchen und geht eine Woche später, sondern das ist schon ein laufender Prozess, wo eigentlich die Beteiligten froh sind, wenn sie einen Ansprechpartner haben, an den sie sich auch mit ihren Fragestellungen wenden kann, weil es gibt nichts Schlimmeres bei so einem Prozess, insbesondere was die Nachfolgeplanung angeht, als irgendeine ungeklärte Frage. Das heißt, wichtig ist da ein Partner, der kurzfristig da auch Antworten liefern kann und an dem man sich mit allen Fragestellungen auch wenden kann. Ich glaube, man muss einfach dann vielleicht auch wissen, dass man ein Unternehmen für eine bestimmte Zeit begleitet und eigene Impulse hineingibt, aber dass man dann auch den Staffelstab einfach abgibt, damit es weitergeht, weil irgendwie, so hat es ja in den Generationen immer schon funktioniert, man übernimmt etwas, entwickelt als Unternehmer das Unternehmen weiter und übergibt es dann eben an die nächste Generation. Und ich glaube, wenn man das so sachlich sehen kann, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen leichter, sich zurückzunehmen und ansonsten wissen wir, das fällt ja vielen total schwer, das, was sie aufgebaut haben, ihr Lebenswerk zu übergeben und dann plötzlich zu merken, da führt jemand anderes jetzt, hat die Zügel in der Hand. Aber ich glaube, das muss man versuchen, wirklich emotionslos und sachlich zu sehen. Also, was die Erfahrung so ein bisschen zeigt, ist, was ich erstaunlich finde, aber menschlich absolut nachvollziehbar. Ich hatte schon die eine oder andere Nachfolgeplanung, wo dann Nachfolger in der Familie klar war, wer das macht, der ist dann aber in diesem Prozess abgesprungen und dann wurde hinterher doch verkauft. Aber ich hatte auch schon den anderen Fall, wo es Junior nicht übernehmen wollte und dann erst, als es ernst wurde und sich Senior nach externen Käufer erkundigt hat und schon wirklich relativ weit in diesem Verkaufsprozess war, dann Junior gesagt hat, ja, okay, jetzt, wo es ernst wird, übernehme ich es dann doch, Vater. Und das ist halt immer so ein bisschen, also, am schönsten ist es natürlich, und das begleite ich auch am liebsten, ja, am liebsten, wenn man Unternehmer hat, der in der Familie jemanden hat, wo er weiß, das ist in guten Händen aufgehoben und die nachfolgende Generation führt das Lebenswerk weiter. Ja. Heißt du, der klassische Mittelstand, der über Generationen weggeht, das ist eigentlich immer so ein sehr schönes Thema. Nichtsdestotrotz begleitet man natürlich auch externe Unternehmensverkäufe. So wie bei uns, bei NDB, da ist es ja auch so in der dritten Generation geführt und da geht es dann ja auch irgendwann weiter, aber man merkt auch, das ist mal so eine Begleitung. Das heißt, jetzt geht es dann in die Digitalisierungs-KI-Schiene und schauen, wie man das Unternehmen jetzt weiterentwickelt und für die Zukunft aufstellt und dann kommt irgendwann die nächste Generation und das ist halt cool, wenn man merkt, dass das über Generationen, dass das auch mit Leidenschaft gelebt wird und ja, das Unternehmen auch nachhaltig über lange Zeit geführt wird. Definitiv schön und ich aus Erfahrung kann ich sagen, es ist wundervoll, immer die eine oder andere Betriebsbesichtigung dann zu bekommen, weil da sind Unternehmensstränge bei, wo man dann ganz neue Branchen mal live sieht und das Schönste ist halt immer so ein bisschen, da kommt ein wirkliches Produkt raus. Ich sage mal so, bei so einer Konzeptionierung kommt hinterher ein Blatt Papier raus, wo was Tolles draufsteht, was die Nachfolgeplanung hinterher wird, aber es ist immer was anderes, wie was Konzeptionieren auf ein Blatt Papier, als wirklich so ein richtiges Produkt zu erstellen und da muss ich wirklich sagen, sieht man sehr viel in den verschiedenen Unternehmen und das schätze ich an dem. Ja, klasse. Richtig schönes Ende, schönes Schlusswort. Ja, absolut. Jetzt gucke ich gerade mal, Frank, du hast nichts mehr im Zettel, oder Franzi? Ich habe, genau, ich würde gerne noch auf ein, zwei Sachen hinweisen. Ja, bitte. Und zwar hat Matthias einmal einen Beitrag zum Thema geschrieben, Sonderbetriebsvermögen als Problem der Unternehmensnachfolge. Das würde ich in den Show Notes verlinken und eben so einen Zeitschriftenartikel, der heißt Entrepreneurship und Unternehmensnachfolge und ein Buch, Handbuch zum Unternehmensverkauf. Die Links dazu, wie immer, in den Show Notes. Okay, damit wären wir am Ende. Matthias, danke dir. Hast du noch einen Hinweis oder abschließende Worte oder waren wir soweit durch? Denke schon. Vielleicht nochmal als Abschluss mein Appell, man sollte die Nachfolgeplanung wirklich, egal ob es unternehmerisch oder privat ist, definitiv angehen, nicht auf die lange Bahn schieben. Es ist ein höchst emotionales Thema und man muss es aber angeben, weil es erledigt sich nicht von alleine und man möchte die nachfolgende Generation auch abgesichert wissen. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann danke dir Matthias, danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Kommentare aller Art, schreibt uns einfach an podcast.nwb.de oder beziehungsweise auch an steuerbar, das ist eigentlich die neue Adresse, steuerbar. Ja, das war das letzte Mal auch schon falsch gesagt, eben noch gehört. Ja, okay, Verzeihung, steuerbar.nwb.de oder aber liked uns bei YouTube und vergebt uns ein paar Sterne im Podcast Player, macht einfach einen Daumen hoch, wo und wie ihr uns auch immer hört. Das würde uns super freuen. Damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.